Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen falschen Sonntagmorgen. Heute ist der 12.03.2023 oder der 23. Grad des 12. Sternzeichens Fische, 1740. Es ist absolut windstil, also so windstil wie heute ist es selten. Man sieht auch hier den Rauch ziemlich gerade aufsteigen, also da ist kein Windhauch, wenn wir hier nochmal in den Wipfel da schauen, ich glaube da bewegt sich nicht einmal einen Millimeter irgendwas. Kein Millimeter, nichts, egal wo wir hinschauen, ich kann auch hier ein bisschen weiter weg einen Baumwipfel anvisieren. Gut, ihr müsst nur ruhig halten können. Dieser Trail hier, ich höre überall Flugzeuge, aber ich sehe sie nicht. Dieser Trail wurde vor ein paar Minuten gesprüht, man sieht ihn fast nicht mehr, aber er ist doch präsent. Wir sehen hier am Horizont hunderte Streifen, hunderte. Also das heißt, die ganze Nacht wurde durchgearbeitet. Und auch hier, wenn ich weiter in die Ferne schaue, kein, nicht der leiseste Wind hoch, ja. Ja gut, hier sind Vogelschwärme. Na, die freuen sich aber ordentlich. Ja, heute ist Sonntag, heute haben sie Ausflug. Heute haben sie Gruppenausflug, da freuen sie sich halt. Schaut witzig aus, hab ich auch noch nie so gesehen. Aber die freuen sich wirklich. Das könnten Starre sein, oder? Na, 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 hallo. Ganz witzige, ja. Jetzt rauschen sie alle über mich drüber. Ich habe jetzt eine 360 Grad Drehung gemacht, ja. Also, dass man es ganz seht. Entschuldigung. Ja, also wir haben hier schon zwei Schwurbelkurbeler gesehen. Ich schaue noch mal. Wäre interessant, wir haben heute 0 Grad Morgentemperatur, aber das Dach ist nicht vereist. Ich habe schon sehr vorsichtig probiert. Und dort hinten unser Hauptschwurbelkurbeler, also El Schwurbulatore. Der dreht sich sehr ambitioniert. Ich meine, ein Flügel hat sicherlich, na, wie lang wird so ein Flügel sein? 10 Meter vielleicht, oder? Im Hintergrund sehen wir, wie sie sich recht müde drehen. Moment. Ah, und da sehen wir schon den Aufsteiger des Tages da hinten. Einen Streifenzieher. Und hier hinten trennt sie sich ganz müde. Der da im Vordergrund dreht sich neu auf 4-5 Mal sicher schneller. 1, 2, und da hinten 1, 2, 1, 2, und der 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hinten 1, 2, 3. Also interessant, sehr, sehr bemerkenswert. Ja, die sind da besser geschmiert, die laufen besser. Ja, klar, wenn der Dieselgenerator mitläuft, geht es ein bisschen leichter. Ja, ich habe gehofft auf Unterstützung von oben, aber die sind alle schon in der Nacht geflogen. Die wollen heute in der Früh scheinbar nicht mehr. Könnte ein schöner Tag werden. Freuen wir uns drauf. Und ich gehe nochmal auf die Sonne drauf. Vorsichtig natürlich, ja. Aber ich glaube, die wird erst, naja, wann wird die aufgehen, in 10 Minuten. Aber gut, wir haben einmal einen Vorgeschmack. Und wenn sie aufgeht, wahrscheinlich hinter diesen Föhren. Ende. Und ich gehe nochmal auf die Sonne drauf. Und ich gehe nochmal auf die Sonne drauf.